Hallo und recht herzlich willkommen bei den 59 Sekunden, ja natürlich steht diese Folge ganz im Zeichen des Fußballs, nämlich gestern muss ich wirklich sagen Respekt, ich bin zwar kein Liverpool-Fan, aber Wahnsinn, unfassbar, das hätte man sich nie gedacht, dass die das Spiel noch drehen. Ich war heute auch beim Fußball, nämlich unsere jüngste Tochter hat das Fußball Turnier gehabt, wer auf der Instagram Story war, hat es gesehen, leider haben wir verloren, zweimal verloren, einmal gewonnen, hat leider nicht gereicht für den Aufstieg, aber trotzdem sie haben brav gespielt und jetzt sehe ich gerade da oben, seht ihr diese Wunden, die sind auch von meiner kleinen Tochter, weil ich muss täglich 30 Minuten mit ihr raufen. Ja, Jan Bimmermann, der hat dieses Ergoan-Gedicht damals gemacht, was ja ziemlich tief war, jetzt beschimpft er uns auch als Hurensöhne, wir haben eine Umfrage gemacht, 62% sagen, ja er ist ein Toto, also wenn ich sage, du bist ein Hurensöhne, das ist ja keine Satire, also wie war es da, ich gehe jetzt schon in eigenartige Richtungen. Ja, das war es schon wieder mit 59 Sekunden, wir sehen uns morgen wieder, vergesst nicht zu abonnieren, bleibt uns treu, verfolgt die Instagram Stories und ja, alles Liebe.